Hallo, der Prozess der Entwicklung eines universellen FUE-Klassifizierungssystems begann vor etwa 15 Jahren. Dann bemerkte ich bestimmte Schwankungen und Trends, indem ich die Geschwindigkeit der chirurgischen Eingriffe beobachtete. Ich stellte fest, dass wir mit derselben Person, demselben Bediener, derselben Technik und derselben Technologie unterschiedliche Transaktionsraten in verschiedenen Bereichen aufzeichneten. Das war ziemlich bedeutsam. Darüber hinaus bemerkte ich bei der Arbeit mit Patienten mit Afrohaaren, die damals als sehr schwer durchzuführen galten, dass einige Patienten mit den lockigsten Haaren am einfachsten zu bearbeiten waren und die Transaktionsrate sehr niedrig war. Aber auf der anderen Seite hatten wir Patienten mit Afrohaaren, die eine sehr leichte Lockenbildung hatten, und dennoch war es sehr schwierig für uns, die gleiche Technologie und Technik mit einer hohen Transaktionsrate anzuwenden. Zwei Jahre später beschloss ich, mit dem Sammeln von Schnittbildern meiner Patienten zu beginnen. Wir sammeln Transaktionsdiagramme für die histologische Analyse, und Diagramme aus Bereichen mit hohen Transaktionsraten werden histologisch mit Diagrammen aus Bereichen mit niedrigen Transaktionsraten bei demselben Patienten verglichen. Wir haben das vor zwölf Jahren gemacht und ein Trend hat sich sehr deutlich herauskristallisiert. Das erste, was wir in der Histologie beim Vergleich von Zonen mit hoher Transaktionsrate mit Zonen mit niedriger Transaktionsrate bemerkten, war, dass Grafen von Zonen mit hoher Transaktionsrate eine sehr kompakte Epidemies im Vergleich zu den anderen zeigten. Kompakt, in dem Sinne, dass das Stratum corneum, die oberste Hautschicht, sehr dicht war. Die Zellen waren dicht gedrängt. Das bedeutet, dass die Haut des Patienten zäh und rutschig war. Bei FUE, im Sprachgebrauch von FUE, bedeutet dies, dass der Schlag nicht so leicht in die Haut eindringt wie bei der anderen Art von Transplantat. Es würde eher dazu neigen, auf der Haut zu rutschen oder zu springen, als in sie einzudringen. Wie wir wissen, würde es zur Dynamik von FUE. Für den Moment haben wir festgestellt, dass die Grafen, die aus den sehr schwierigen Bereichen mit hoher Transaktionsrate kamen, eine dichtere oder dickere Dermis hatten, was auch bedeutet, dass der Schlag mehr Schwierigkeiten hat, ganz durchzudringen, um sie zu trennen. Dies führte damals zu dem Schluss oder der Überzeugung, dass es nicht nur um die Lockigkeit der Haare geht, sondern um die Hauteigenschaften. Denn die Epidermis und Dermis sind die Hauptakteure in diesem Prozess. Heutzutage haben sich die Kräuselung und die Hautstruktur eines Individuums als Reaktion oder Anpassungsmaßnahme an die geografische Nische entwickelt, in der diese Person gewachsen ist. Hauptsächlich war es wichtig, diese Person an die Temperaturbedingungen und die UV-Expositionsrate in der Region anzupassen, in der die Person lebte. Daher erwarten wir als Folge der Evolution, dass ein Individuum, das sich in einer sehr sonnigen und heißen Gegend entwickelt hat, lockigeres Haar und eine dickere Haut haben wird. Umgekehrt hat jemand, der in einer sehr kalten und weniger sonnigen Region aufgewachsen ist, glattere Haare und dünne Haut. Das soll doch so sein, oder? Nein, Sie fragen mich, warum nicht? Dies geschieht aufgrund der wandernden Natur der menschlichen Spezies und der dabei auftretenden Vermischung von Genen. Dieser Prozess läuft seit tausenden von Jahren. Diese Überzeugung wurde mit der Zeit komplizierter. So hat heute jeder einen Haartyp, der Stereotyp für die Person ist, die sich in einem bestimmten Teil der Welt unter dem Einfluss der Sonne und der dortigen Temperaturänderungen entwickelt und geformt hat. Aber es ist eigentlich ein Klischee, das in der modernen Welt nicht zutrifft. Diesen oder jenen Hauttyp zu haben, spiegelt jemanden wider, dessen Vorfahren sich in einem ganz anderen Teil der Welt mit unterschiedlichem Wetter und Klima entwickelt haben. Alles, was wir heute in jedem Menschen haben, ist eine Mischung aus möglichen Kombinationen von Hauttyp und Haartyp, die nicht mehr das widerspiegeln, was Sie von einer bestimmten geografischen oder ethnischen Nische erwarten würden. Die universelle FUE-Bewertungsskala trägt dieser Komplexität Rechnung. Wie wird es benutzt? Ich präsentiere Ihnen das Video, das erklärt, wie Sie die Bewertungsskala verwenden. Vielen Dank. Mein Name ist Sanusi Uma. Ich bin der Hauptautor unseres Artikels mit dem Titel Universelles Klassifizierungssystem für die Exzision follikulärer Einheiten für Schwierigkeiten bei der Haartransplantation und das Patientenergebnis. Wir präsentieren einen neuen FUE-Level-Prädiktor namens Sanusi FUE Scoring Scale, der auf FUE, der malen Charakteristik des Haar- und Hauttyps, basiert. Der Haartyp wird im Allgemeinen in drei Untergruppen unterteilt. Die erste Untergruppe ist glattes oder welliges Haar, das die geringsten Schwierigkeiten bereitet. Die zweite Gruppe ist lockiges Haar, das mäßige Schwierigkeiten bereitet. Und der letzte Haartyp ist das gewundene Haar, das die größten Schwierigkeiten bei der FUE darstellt. Bei der Haut gibt es ebenfalls drei Untergruppen. Die erste Untergruppe ist der dicke Hauttyp, der die größten Schwierigkeiten bereitet. Ein weicher oder dünner Hauttyp bereitet FUE einige Schwierigkeiten. Die mittlere Dicke eines Hauttyps bereitet der FUE die geringsten Schwierigkeiten. Die Praktiker beginnen mit der Bestimmung der Werte für den Haartyp und den Hauttyp des Patienten. Diese Scores, die für den Haartyp bestimmt sind, werden gezählt und zu den Scores für den Hauttyp addiert. Der Gesamtscore wird verwendet, um den SFS-Score des Patienten zu bestimmen. Die Punktzahl, die abgeleitet wird, reicht von 2 bis 9. Und dies entspricht einer der fünf SFS-Klassen. Klasse 1 ist eine Gesamtnote von 2 bis 3, was bei dem zu erwartenden geringen Gravity-Gewicht keine Schwierigkeiten bedeutet. Klasse 2 ist die Gesamtpunktzahl von 4. Es bedeutet geringe Schwierigkeit mit geringem oder mäßigem Transplantatabrieb. Klasse 3 hat eine Gesamtpunktzahl von 5 bis 6. Es gibt einen mittleren Schwierigkeitsgrad. Solche Patienten sind anfällig für eine Entkappung des Transplantats. Die Gesamtpunktzahl von 7 bis 8 ist die Klasse 4. Es gibt mittleren oder hohen Schwierigkeitsgrad. Gesamtpunktzahl von 9 ist die Klasse 5. Es hat große Schwierigkeiten mit der Erwartung einer sehr hohen Transplantatabriebrate, es sei denn, es werden spezielle Fähigkeiten oder spezielle Ausrüstung verwendet. Zusammenfassend haben wir eine neue FUE-Schwierigkeitsbewertungsskala namens SFS-Bewertungsskala vorgestellt. Es wird erwartet, dass es den FUE-Schwierigkeitsgrad und das Patientenergebnis vorher sagt. Vielen Dank.